Hey Leute, ich bin Sychi und willkommen zum Let's Play von Beyond Two Souls, Part Nummer 15. Wir führen gerade eine Art Special Mission durch, wo wir diesen einen da finden müssen und diesen schwarzen. Das ist jetzt wieder rassistisch, weil ich seinen Namen vergessen habe. Aber naja. Ist das eine gute Deckung, die ich hier habe? Ich habe ungefähr gar keine Deckung. Darüber kann ich auch nicht. Ich glaube, ich soll zu dem Auto gehen. Ah, was warst du? Oh wow. Äh, was? War das so geplant? Das war nämlich nur eine dumme, hakelige Steuerung. Erwürgen kann ich den Typen nicht. War das echt so geplant? Ich habe mich gewundert eben. Das hat er nicht gehört. Okay, los geht das gedrückt halten. Mann, die hat aber einen Schlag, ey. Muss ich sagen. Okay, das war die letzte Zigarette, mein Freund. Okay. Sollte das so passieren? War das geskriptet? Also, dass ich gefangen werde? Tool? Ne, warte, dass ich gefangen werde? War das so geplant? Ich weiß es nicht. Aber was auch immer. Ich bin meinem Ziel näher gekommen. Okay. Was soll ich jetzt genau machen? Die Kathedrale. Von wo aus habe ich sie in meiner Vision gesehen? Äh. Sie waren hier. Okay, dann bin ich wieder auf der Suche nach Hinweisen hier. Und da ist auch schon der erste. Okay. Na los. Free chicken. Jeder kriegt Hühnchen. Ein Jahr gratis Abo bei KFC. Wählt mich. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich. Eine Leiche. Und ein Tisch. Ein merkwürdiger Tisch. Okay. Okay, hier gibt es noch zwei Sachen. Zu einem Turm sind sie gefahren. Ich weiß, was ich jetzt. Noch weiter, ey. Was ist mit ihm? Ich weiß, was ich jetzt nicht so gut machen kann, ey. Naja, okay. Wir müssen zu diesem Turm. Gut. Hä? Achso, ich habe gedacht, sie möchte jetzt nicht raus. Da vorne ist der Turm. Okay. Dann laufen wir mal. Mein Gott, riesiges Areal. Hä? Hä? Also, ich habe jetzt gerade nichts gemacht. Ich glaube, wohl das Spiel will mir sagen. Geh da hin, Michi. Na ja, dann mache ich das mal. Aha, was passiert jetzt? Okay, ich umgehe ganz aber das Fahrzeug damit. Ich höre irgendwas. Was ist das? Kindersoldat. Ach du Scheiße. Kann ich ihm irgendwie helfen? Oh Mann. Oh Gott, ey. Was ist das? Du bist in der Welt. Rujli, du bist nicht in der Welt. Du bist nicht in der Welt. Sahira, du bist Sahira. Wie kann es dir sein, dass du dich verletzt hast? Tut mir leid. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim. Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, Jody. 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 Oh, schau. Ich glaube, wir kriegen es. Wow, wow, wow. Ach du Scheiße, ist der jetzt auf unserer Seite? Alles klar. Alles klar. Okay. Der Junge ist noch auf unserer Seite, ey. Oh, was einen machen kann. Okay, ich will es jetzt ergreifen. Alter. Komm. Wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommen. Hm. Ist das jetzt unser Bro? Fuck. 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 Shit, shit, shit. Alter. Alter. Oh, war das knapp. Verdammte Kacke. Der lächelt ganz einfach nur. Warum ist er auf unserer Seite so fort? Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Ton. Der Ton ist da drüben. Vor allem sollten wir nicht bei Sonnenaufgaben schon wieder da sein? Oh, Mann, ey. Wow, 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 wow. Ein fetter Panzer. Okay. Geh da durch. Meine Fresse, das ist sehr hakelig manchmal. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall haben wir hier ganz schön Abwechslung in den Kapitel. Alter. Richtiger Bürgerkrieg oder was auch immer das hier ist. Wir wissen ja nicht, was dahinter steht. Soll ich hin? Hier hin? Oh, scheiße. Okay. Not my business, würde man dazu sagen. Geht mich nichts an. Mein Gott, ey. Und das mit diesem Jungen hier. Oh, da können wir nicht durch. Die warten da ja förmlich auf uns. Irgendwie von außen hier durch? Wahrscheinlich nicht. Ne, so weit denkt das Spiel nicht. Wir dürfen doch nicht da durchrennen. Die warten doch nur auf uns. Genau. Keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell! Hilf mir! Fuck! Fuck, ich glaube, ich sollte auseinanderziehen, nicht ineinander, ne? Fuck, ey. Keine Sorge, ich heil dich. Jodie? Okay, ich habe aus Versehen ineinander gezogen. Und dabei muss ich ja auseinanderziehen, die Punkte. Na ja. Gut. Wir haben uns ja geheilt. Trotzdem ärgert mich das. So hier. Dumme Fehler. Komm. Mein Gott, was hier nur los ist in diesem Krisengebiet. Und der Turm. Wow. Alter, wie schön das Spiel aussieht, ne? Unfassbar. Komm, Controller. Und das Arme folgt dazwischen. Zwischen den Fronten. Okay, Salim. Ich folge dir mal. Hoffentlich bringst du mich nicht in eine Falle später. Mach ich. Alter, Messer nehmen. Und dann auch unser Kumpel. Meine Fresse, ey. Mensch. Irgendwie eiskalt, ey. Okay. Selbstmordkommando. Jetzt sind wir rein. Hier. Komm, Salim. Okay. Ganz ruhig, ey. Vielleicht kommen wir unten nach dir durch. Okay, unten bleiben. Ah. Immer unten bleiben. X. Gedruckt halten. Okay, okay. Okay. Alter. Okay, da vorne ist es vorbei. Okay. Wieso, das war doch gut, hab ich gedacht. Oh Mann. Bleib unten. Bleib unten. Nicht bewegen. Oh Mann, nein. Oh nein. Nein. Das ist immer die falsche Seite ausgewählt, so. Okay, zur Seite. Ablocken. Ablocken. Abnehmen. Abnehmen. Nehmen gut. Komm, Controller. Komm, Controller. Komm, Controller. Alter. Alter, was ist hier los? Jodie, nicht schlecht. Nicht schlecht, Jodie. Alter. Oh nein, oh nein. Komm, Aiden. Wo sind wir? Gott, wie sind wir denn da abgesprungen, ey? Wir sind sicher. Alles okay, Salim. Kein Wort verstanden, aber du bist cool. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. wirst du... Hm. Hm. Der war kurz unser Gefährte. Ein guter Gefährte. Soll er bloß auf sich aufpassen, Mann. Okay. Okay. Ich sehe hier niemanden. Ah, komm. Sollen wir da hin? Nein, ich glaube nicht. Okay, es geht weiter. Wow, knappes Ding. Das war etwas zu vorallig. Da ist der Turm. Okay. Das würde wohl nicht sein. Salim. Scheiße. Was macht er hier? Wenn er draußen bleibt, sollte es gut gehen. Salim ist hier? Warum? Das ist es. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Wie kann ich das machen? Ich kann den Tisch bewegen, anscheinend. Nein, Aiden. Man darf uns nicht mehr merken. Oh Mann. Kann ich vielleicht was anderes machen? Ich kann ihn beherrschen. Ja. Oder warte, was ist da? Ihn kann ich umbringen, aber warum? Ihn kann ich auch beherrschen. Ich muss irgendwie einen beherrschen und dann reingehen. Am besten jemanden, der eine Waffe hat wie er. Okay, geh da rein. Shit. Aber er. Wow. Such eine Waffe. Da ist eine Waffe. Oh. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaffe das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Aber wie komme ich denn da rein? Vielleicht irgendwie von außen, so durchs Fenster. Oder durch die Haupttür geht das wohl nicht. Ja. 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 Es funktioniert nicht. Oh Mann. Die lassen mich da nicht rein. Lassen die mich rein? Lassen die mich rein? Tatsächlich. Sie lassen mich rein. Bring ihn um. Alter. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamal ist tot. Schnell. Schnee. Oh. Sollen wir die so schnell ganz weit da rein platzen? Jamal ist irgendwo da hinten. Nein. Das ist er nicht. Da hinten liegt er. Hey. Da war doch eben gerade... Da war eben gerade ein Symbol und jetzt ist es weg. Jetzt sollte es da sein. Das ist ja doch unser Mann. Warum? Als ob das Spiel manchmal das... Jetzt. Da ist es. Okay. Ein Foto, tatsächlich. Oh nein. Na. Ist das Spiel abgestürzt bei mir? Was ist denn hier? Abi. Abi. Lass... Lass mich nicht. Abi. Lass mich nicht. 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 Er ist dein Vater. Scheiße. Okay. Ja. Ja. Ich kann mich nicht schreien! Ich kann mich nicht schreien! Ich kann mich nicht schreien! Mission zwar erfüllt, aber zu welchem Preis? Wir müssen weg von hier! Können wir nicht ein Auto nehmen? Nein. Okay, dann hauen wir ab. Komm! Ey, yo! Bleib da nicht hängen an diesem Ding! Oh, wow, wow! Ach du Scheiße! Fuck! Scheiße, was ist denn das jetzt hier? Lauf, Jodie! Alter! Lass mich die Wunde heilen! Okay, 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 komm! Lass mich die Wunde heilen! Okay, 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 komm! Okay, 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 komm! Steh auf! Fuck! Was mache ich jetzt? Was kann ich denn jetzt noch machen? Oh Gott, sind das viele! Oh Gott, ich steh auf! Oh Gott, ich steh auf! Ah, da, X! Oh, was? Nein! 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 Weg damit! Nein! 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 Ich werde nicht sterben! Und nicht so! Es muss doch hinaus sich geben! Komm! Denk nach! Denk nach! Da vorne! Da vorne! Komm! Steh auf! Shit! Komm, 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 komm! Vor allem nicht so werden wir sterben! Scheiße! Wir sind am Arsch! Wir sind am Arsch! Das bringt doch nichts mehr! Das bringt doch nichts mehr! Wow, im letzten Moment! Komm schon mal! Ich nenne dich hier raus! Das war knapp. Vielleicht hat das uns dazu bewegt, von der CIA abzuhauen. Nach dem Ereignis mit dem Vater. Es gibt ja immer zwei Seiten von Krieg, ey. Verluste auf beiden Seiten. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jodie. Und von Aiden natürlich. Jodie, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Ryan. Niemals. Hm. Wollen wir was trinken? Ja. Obwohl, das sind wohl Tabletten, oder? Ja, tatsächlich. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Ja, doch bevor wir weitermachen, werde ich den Part erstmal hier mitwenden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ja, Leute, ich bin Zwicky. Und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ciao.